David wäre der perfekte Türsteher. Ich sage dir mal was, ich habe früher oft mit den Gedanken gespielt, als Türsteher oder Security zu arbeiten, weil viele mir erzählt haben, David, du bist so groß und so stark, mach was mit deiner Kraft, mit deinem Aussehen. Und ich war jedes Mal so knapp davor, aber weißt du was, heutzutage bin ich so froh darüber, dass ich nicht einmal einen Tag als Türsteher oder Security oder Leibwächter gearbeitet habe. Warum? Dieser Job ist sehr gefährlich und du kannst Kämpfe nicht vermeiden. Auch wenn du drei Meter groß und zwei Meter breit bist, das ist egal. Jeder, ich kenne so viele Leute, die auch groß und sehr breit sind, jeder war in Schlägereien verwickelt, Messerstechereien und so weiter und noch viel schlimmer. Also beim Fortgehen hast du es immer mit aggressiven Leuten zu tun und wichtig machen und du kriegst Anweisungen und du musst sie ausführen. Und es ist es nicht wert, dein Aussehen zu verlieren. Ein gebrochenes Kiefer, irgendwo eine Narbe, was weiß ich, gebrochene Nase, Zähne zu verlieren. Für die paar Euro, die man bekommt. So viel wird man auch nicht bezahlt als Türsteher, oder? So viel wird man auch nicht bezahlt als Türsteher, oder? So viel wird man auch nicht bezahlt als Türsteher. Also soll ich die